hallo und herzlich willkommen zurück hier bei call of duty warzone eben die runde hat er nicht aufgenommen die war eh grottenschlecht aber ich habe immer in den tagesding hier sammeln sie 45 geldhaufen ein geschafft ich wollte von dem truck überfahren dachte mir auch den kannst du sicher aus dem truck rausholen ballast drauf und nein den war nicht so immer gespannt dass man hoffentlich relativ schnellen dings finden das schon sehr schön ich bin so lustig dass hier mal auf stufe 1 angezeigt werden aber schon etwas höher sind aber naja ich habe immer noch glaube ich schwierigkeiten so wo ich zu bleiben relativ dabei und zu gucken manchmal sehe ich die gegner erst zu late die wissen schon wo ich bin aber er sind wird die sind Zeit zum aufwärmen Ja, dass man auch hier noch kämmt, ey. Genau so rüttel dich auf. Wer diese Waffe nimmt, ey. Ich glaube, ich spiele irgendwann auch noch mal ein bisschen einen normalen Multiplayer. Okay. Ich muss auch immer noch einen Auftrag machen und den abschließen. Deswegen fliegen wir mal schnell zum Damm und holen uns den direkt. Hoffnung, dass der vielleicht auch von irgendjemand anders abgeschlossen wird. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du führst das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Kopfgeld-Ziel aktiv. Holt es euch. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Das Kopfgeld-Ziel wurde ausgeschaltet. Jawohl. Na, ich glaube, diese Runde bringt die EP. Das hat gerade viermal 10.000. Unterwegs. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Das verfolgt jemanden. Das verfolgt jemanden. Ja, wo ist denn hin? Ja, wo ist denn hin? Okay, hier geht es ja überall ordentlich ab. Ich habe nicht alle halbwegs gescheite Waffen. Okay. 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 And then there might be one more. ... wenn mal irgendwann einer reinkommt. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemand. Da fehlen mir nur noch 4.000, ey. Jo, jo, jo. Ich will ja nicht sofort sterben, ey. Ich will ja nicht sofort sterben. Ich springe dann denke ich mal hier oben einfach raus. Schnappe mir das Quad. Und hau ab. Je nachdem ob gleich die Zone hingeht. Ich soll ja 5 Minuten mit dem Wagen rumfahren. Vielleicht sollte ich mir einfach mal den Eck erwischen und auch rumfahren für die EP. Okay, einfach mal ganz sinnlos nur eine Runde rumfahren. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Wie er meinen Namen nur noch das Z umbricht. Ja. 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 Joederkonus. Coalnya solición Bubrevust? Ich wäre 23 minute�ѕde. Ja. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Da war noch einer. Ja genau. Ich hätte im Haus bleiben sollen, ey. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Stadt. Oh nein, Revolver. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Alles gut. Halb so wild. Wir wurden in der Aschler holt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Das war ein harter Kampf da draußen. Zurück zur Basis für die Einsatzbesprechung. Netter Schuss. Okay. Ich habe aber ein paar Aufträge und so beendet. Das müsste jetzt mit diesem EP kämen. Okay. Oh, ein 13 Waffenfreischaltungen. Da ist... Oh. Immer ein paar Sachen für dich. Okay. Okay. Ja, Rang 59. Das wurde ja ingame schon gesagt. Dann starten wir nochmal. Was? Okay. Ich muss noch mit dem Fahrzeug als rumfahren. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hole mir von LKW und Düse als umher. Das ist ein Plan. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwerben. Jo. Ja, wusste ich nicht, dass da so schnell noch einer ist. So. Jetzt holen wir uns ein LKW. So. Jetzt holen wir uns ein LKW. Ja. Mal gucken, wie lange wir das schaffen. Battle Royale. Oh. Wir kommen ja von der anderen Seite. Du wirst das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Wir brauchen einen Chauffeur. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Und zwar eine Schlange im Er falou. ich übernehme das steuer trinkingslager fünf minuten rumfahren das bringt ja immerhin dp so ist es ja nicht ich weiß noch nicht mal wo ich hinfahren will ich war erst mit dieser straße entlang kann man sich auch mal ein bisschen die gegend angucken wenn wirklich fünf minuten ein fahrzeug fahren das ist echt lang auch wenn man zusammen rechnet muss schon ganz schön als unterwegs sein oder oft und so und 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 okay der truck geht doch relativ schnell kaputt wollen wir dann doch nochmal ein bisschen hier was looten oder hier 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 ich übernehme das steuer wie lange das am anfang dauert bis die zone kommt die dauert nochmal vier minuten bis sie da ist das war es schon hier wie ich fahre hier 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 82 ich habe immer probiert direkten kill zu holen aussteigen oder schießen schon interessant wie lange man überlegt wenn man nur hier mit so einem lkw unterwegs ist hier vielleicht finde ich ja irgendeinen gefährden da oder das auch mal mit persönliches radar in der luft es verfolgt jemand hallo hier 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 Ich warte ihm jetzt einfach hinterher. Ey, es sind nur noch 64 da, wie es aussehen muss, wenn hier so zwei Trucks lang fahren. Feindliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Hinter ihm her! Ich bin noch an ihm dran! Äh, nur noch 59. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Wir machen einfach gar nichts, außer sinnlos rumfahren und du machst dann Plätze gut. Das Gas weitet sich aus! Sicherheitszone verlegt! Wird er sich vielleicht verfolgt? Ich kann fahren! Ja! 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 Das Gas kommt! Ich übernehme das Steuer Ich übernehme das Steuer Ich übernehme das Steuer die ich fahre das mit dem thermal fang ich schon gut wollte der sich eigentlich an mich heranschleichen und 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 lol lol ich stand so weit vorne ich dachte ich stehe weiter hinten ich dachte ich stand weiterhin wenn ich es überlebe hole ich mir mein truck wieder bitte sagt mir ich komme wenigstens so 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 Diesmal habe ich dich erwischt. Verlierst am Boden. Oh, das ist ein bisschen blöd. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Cool. Vier Kills, ey. Top 30. Top 29. Komm, da gibt es das. Der hat einen ähnlichen Plan, wie ich nun wollte, der mich glaube ich nur totfahren. Wie ich fahre. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Das werden wir hier etwas mehr aussitzen, glaube ich. Das sind, glaube ich, so mit die letzten... Oh, 203... Kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da werden wir halt... Wenn der fährt, werden wir hier mit hier hinfahren. Und dann werden wir uns nochmal schön klein machen. Aber das warten wir jetzt erstmal ab hier. Möglichst weit kommen ist das Ziel. Auch wenn die Folge jetzt schon länger geht. Und das war nicht mal geplant am Anfang, Alter. Zwei Kills mit LKW. Ah, den einen ärgert mich, dass den ich geholt habe. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich noch einen mehr. Weil der da runtergekommen wäre. So oder so, trotzdem... Trotz des Gulags. Ich kann fahren. Du verlierst deinen Boden. Ein feindliches Team jagt dich. Pass auf. Ernsthaft? Jetzt jagt mich nun ein feindliches Team. Hier ist die Schmerzfroger北. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann fahren. Das Gas kommt näher, neue Sicherheitszone wird markiert. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Die sind ja auch nur minimal riskant jetzt gleich. Oh! Das Gas breitet sich aus! Das Gas breitet sich aus. Du bist sicher, du hast den reichlichen Verfolger abgerissen. Neun, wir sind auf beiden. Ich dachte, ich hätte ihn geholt. Lern auf deine Verfolge abgeschlossen. Elfter! Okay! Das war doch gar nicht mal so schlecht. Oh! Jetzt wird das schon anders angezeigt. Okay! Okay! Oh! War doch ganz nett! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Haut da rein! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!